So, hallo Leute, so, letzte Aufgabe von dieser Phase 4 von 4, zerstöre Hundehütten, Pleasant Park ist der perfekte Ort dafür, hier stehen nämlich 5 Stück, da kann man direkt alle 3 Stück machen, und damit hat man diese Aufgabe auch schon, hier stehen 6, da 5, hier nochmal, mit Truhe, perfekt, damit hat man die Aufgabe, also hier Pleasant Park, kann ich den ranzoomen, hier, so, hier, hier, da, also, easy Aufgabe für diese Beweise Versteckungs- und damit haben wir auch 4 von 4.